Der älteste Mensch Maika, Mutter In Not verwandelt sich auch der älteste Mensch zurück in ein Kind und ruft mit kindlicher Stimme seine Mutter um Hilfe, bittet um Beistand. Im Augenblick der Verzweiflung und des Todes vergisst man Gott. Man schreit nach der Wärme und Geborgenheit der Mutter. Noch nie zuvor habe ich dieses Wort so oft gehört. Mutter. An jeder Ecke, zu jeder Zeit wird es verzweifelt gerufen. Mutter. Man hat sonst niemanden mehr. Gott ist machtlos, stumm, hat uns verlassen, hat uns vergessen. Oder wir ihn. Aber unsere Mutter, sie ist da. Mutter, warum hast du mich geboren? Um das hier durchmachen zu müssen? Mutter, hilf mir. Mutter, wann hört das hier auf? Meine Mutter, meine liebe Mutter, was hat das hier alles für einen Sinn? Und die Mutter tut das, was auch Gott täte, wenn er hier wäre. Sie tröstet und sie weint. Sie ist Angst, Schmerz und Tränen gewöhnt. Sie weinte, als sie erfuhr, dass sie schwanger ist. Sie weinte, als sie dich gebar. Sie weinte, als sie dich das erste Mal in den Händen hielt. Sie weinte aus Angst, vor Schmerzen und vor Glück. Für sie sind ihre Kinder der Anfang von allem und zugleich das Ende. Den ersten Schrei ihres Kindes hat sie mit ihrem eigenen angekündigt, ihn mit dem eigenen Schrei begleitet. Sie haben zusammengeschrien, zusammengelitten. Und so wird es auch bis zu ihrem Ende oder dem des Kindes bleiben. Sie weiß, sie wird nicht loslassen. Ihre Kinder wissen es auch. Deshalb rufen sie nach ihr. Auch als Sterbender bist du in ihren Händen sicher. Diese Hände empfangen deinen Schmerz, deine Verzweiflung, deine Enttäuschung, deine Wut über das eigene traurige Schicksal. Nur in ihren Händen begreifen ihre Kinder, was das alles für einen Sinn hat. Und es scheint so, als wären die Mütter die einzigen, die Gott nicht vergessen haben. Sie fühlen und wissen, dass ihre Kinder aus dem Paradies zu ihnen gekommen sind und eines Tages dorthin zurückkehren werden. Damals, als sie das Kind das erste Mal in den Händen halten durfte, hat sie den unbekannten Duft des Paradieses in ihrem Haar, in ihrem Kind gerochen. An seinen Haaren, seiner Haut. Und damals hat sie aus Dankbarkeit geweint, dass ausgerechnet sie so etwas Kostbares behüten und beschützen darf. Sie ist zuversichtlich. Ihr Kind soll leben und lieben. Alles andere wird Gott schon richten. Und die Mutter.